Musik Auch in diesem Jahr hatte der Nikolaus wieder den Weg nach Niedertudorf gefunden. Pastor Rüther begrüßte die Kinder und mit ihren Eltern und warteten auf den Nikolaus. Ich darf alle herzlich begrüßen heute am Fest des heiligen Bischofs Nikolaus, dem Nikolaus-Tag. Und der heilige Nikolaus ist ja ein ganz bekannter Heiliger, der oft ein bisschen Gedanken macht, bevor wir es begleitzen werden. Dann war es endlich soweit. Mit einem Nikolaus-Lied, das alle mitsangen, begrüßen Sie den Nikolaus. Musik Musik Wir freuen uns, dass der Nikolaus da ist und dürfen ihn herzlich begrüßen in unserer Kirche. Ich denke besonders, dass die Kinder freuen sich alle, ihn zu sehen. Und ich denke, Nikolaus wird auch euch noch begrüßen und ein paar Worte zu euch sagen. Ja, liebe Kinder, ihr in Niedertudorf. Ihr wisst ja sicherlich, und das seht ihr ja auch, dass der Nikolaus schon ein ganz alter Mann ist. Er hat einen ganz weißen, langen Bart. Und das ist für den nicht immer ganz einfach, die weinen Wege hierher zu euch zu kommen. Aber ich komme immer gerne. Ich schaue gerne in eure strahlenden Gesichter, höre gerne zu, wenn ihr Lieder singt und freue mich genauso wie ihr, dass wir hier heute zusammen sind. Ich freue mich auch gleich mit euch, einen kleinen Rundgang. Ihr mit euren Fackeln, teilweise mit den selbstgemachten Fackeln, eine Runde durch Niedertudorf zu gehen. Und als Belohnung, das wissen wir ja auch, wird es dann zum Schluss noch für alle ein Stubengel. Und ich sehe an euren Gesichtern, dass ich jetzt auch gleich losgehe, dass ihr gerne eure Fackeln anmachen wollt und eine kleine Runde mit mir durch Niedertudorf gehen wollt. Deswegen machen wir ganz schnell den Gedanken, damit wir gleich nach draußen kommen. In diesen Jahren war rechnet es eigentlich, sodass wir auch noch gehen können. Und ich hoffe nur, dass es auch gleich nicht anfängt zu gehen. Wir beten für alle Menschen, die heute traurig sind, dass sie Freude finden, der herrlich ist. Gebet uns auf unserem Leben. Gebet uns auf unserem Leben. Wir beten für alle Menschen, die Angst haben, wenn sich nicht gut, dass du ihnen Vertrauen und Wunsch bist. Wir beten für alle Menschen, die nicht genug zum Leben haben, das Land und Wunsch teilen. Gebet uns auf unserem Leben. Gebet uns auf unserem Leben. Gebet uns auf unserem Leben. Wir beten für uns selber, dass wir in dieser Art und Zeit unsere Herzen für dich öffnen. Gebet uns auf unserem Leben. 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 Ich hab das aber schon probiert, aber ich hab das auch schon probiert. Ich hab das auch schon probiert, aber ich hab das auch schon probiert. Ich hab das auch schon probiert, aber ich hab das auch schon probiert, aber ich hab das auch schon probiert. Ich hab das auch schon probiert, aber ich hab das auch schon probiert. Ich hab das auch schon probiert, aber ich hab das auch schon probiert. Ich hab das auch schon probiert. Genau. Ich hab das auch schon probiert. 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 Ich hab das auch schon probiert.